Gilbert oder Gilbert O'Sullivan, der berühmte Mann, der Meister der Oma-Musik in den 70er Jahren. Und er lebt noch und er hat gesagt, macht mal Jungs. Wir haben ihn gefragt. Cool. Wieder allein natürlich. Eine kleine Weile nur und ich bin nicht mehr so her und hin, dass ich statt hier verspreche ich dir Teil einer Skyline bin. Und stürze mich hinan von irgendeinem Dach, wem auch immer zu zeigen, wie es ist, wie es ist. Wenn du zerschmettert liegst auf dem Trottoir und ein paar Leute sagen, mein Gott, sie hat ihn so versetzt. Ich möchte gar nicht hinsehen, lass uns nach Hause gehen und dann geh auch wieder allein. Nein, natürlich. Ich meinte gestern erst partout, dass ich mich damit nicht vertu. Es rollte wohl die Rolle meines Lebens auf mich zu. Doch es war die Wirklichkeit und er tat mich so leid, dass sie mich grazil und mit viel Gefühl schlitten in tausend kleine Stücke. Glaub nicht, dass geschwärts vom lieben Gott und seiner Güte war rum, wenn er denn existiert. Ließ er ausgerechnet und so fürchterlich, dass ich ihm brauchte mich. Und wieder allein, natürlich. Es scheint, als wären mehr kaputte Herzen auf der Welt. Wie meins, das bleiben wird, ewig unrepariert. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Musik Wenn ich denke an all die Jahre, mit Vater zur Halle fahren, dazu Urlaub sag und dass ich sie mag, die Sommer im Brei am Maren. Und mit 52 wie, meine Mutter Gott segne sie, konnte nicht verstehen, dass der wollte gehen, denn sie liebte ihr halbes Leben. Und der Neuanfang, ihr Mislang und immer wieder, das Geld nicht half, das Reisen nicht, erst recht nicht meine Lieder. Also weinte ich, als sie sich davon schlägt, wieder allein, natürlich. Wieder allein, natürlich. Wieder allein, natürlich. Dankeschön. 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 Danke. Danke.